Ja, ich freue mich, dass du eingeschaltet hast und wir jetzt ein bisschen Zeit miteinander verbringen können. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Ich warte nicht besonders gern. Ich warte nicht gern an der Schlange im Supermarkt, also an der Kasse. Ich warte nicht gern, wenn ich verabredet bin und meine Verabredung sich verspätet. Ich warte nicht gern beim Arzt im Wartezimmer, wobei das Wort Wartezimmer ja eigentlich schon sagt, wozu es da ist. Aber ich warte nicht gerne. Das mag daran liegen, dass ich nicht so ein ganz geduldiger Mensch bin. Also Geduld ist etwas, was ich noch trainieren kann. Und dann habe ich in meinem Leben festgestellt, dass auch Gott mich immer mal wieder warten lässt. Und auch das gefällt mir nicht. Vor einigen Jahren, also es ist wirklich schon eine Weile her, da stand ich zum Beispiel vor der Entscheidung, ob ich meinen Beruf als Lehrerin kündige und dann hauptamtlich anfange, in dieser Kirche zu arbeiten. Und ich hielt das für eine wichtige Entscheidung und das war es ja auch. Und zwar war es so wichtig, dass ich unbedingt wissen wollte, was Gott dazu sagt. Also habe ich ihn gefragt, was ist das Richtige? Soll ich diesen Schritt gehen oder soll ich ihn nicht gehen? Und ich dachte so, bei einer solch wichtigen Frage, da wird Gott nicht so lange auf sich warten lassen. Da wird er mir schon bei Zeiten eine deutliche Antwort geben. Das tat er aber nicht. Und das hat mich wirklich geärgert. Verstanden habe ich es auch nicht. Und es hat fast ein Jahr gedauert, bis ich Klarheit hatte und eine Entscheidung treffen konnte. Und dass ich hier heute stehe, zeigt, welche Entscheidung ich getroffen habe. In der Bibel, in Johannes 11, da wird von einer Begebenheit erzählt, in der ein Freund von Jesus schwer krank war. Lazarus. Also Lazarus war wirklich so krank, dass man befürchten musste, dass er stirbt. Und dann haben seine Schwestern jemanden zu Jesus geschickt. Jesus ist ja der Freund von Lazarus und sie haben ihm ausrichten lassen. Jesus, dein Freund Lazarus ist schwer krank. Seine Reaktion, man sollte meinen, Jesus lässt alles stehen und liegen und macht sich auf den Weg, um möglichst schnell bei Lazarus zu sein. Aber wir lesen in Johannes 11, Vers 6, als er nun wusste, dass Lazarus krank war, blieb er noch zwei Tage an dem Ort, wo er die Nachricht erhalten hatte. Das ist ein Ding, oder? Lazarus liegt im Sterben und Jesus bleibt noch zwei Tage da. Er macht sich dann schließlich doch auf den Weg. Und als er und seine Freunde dann schon fast da sind, kommt ihm Martha, also die eine der Schwestern entgegen und sagt, Jesus, du brauchst dich nicht mehr zu bemühen. Lazarus ist gestorben. Aber Jesus lässt sich davon nicht beeindrucken. Er macht nicht auf dem Absatz kehrt oder geht hin und sagt, ja, dann lass uns trauern über den Tod von Lazarus. Jesus hatte die Macht, Lazarus wieder zum Leben zu erwecken. Und dann fragt man sich, warum geht er hier einen scheinbar so komplizierten Weg? Er hätte doch gleich losgehen können, dann hätte Lazarus gar nicht erst sterben müssen. Und Jesus gibt selbst die Antwort auf diese Frage. Er sagt in Vers 42, ich möchte, dass sie glauben, dass du, also Gott, mich gesandt hast. Ich möchte, dass sie glauben, dass du mich gesandt hast. In den Augen der Menschen, der Freunde und der Verwandten von Lazarus war Jesus viel zu spät gewesen. Aber nach seinem Zeitplan war er genau richtig. Er hat sich vier Tage verspätet, so viel ist es dann insgesamt geworden, aber er kam trotzdem pünktlich an. Als ich damals auf eine Antwort von Gott gewartet habe, da habe ich nicht verstanden, warum er sich so viel Zeit lässt. Und auch im Nachhinein ist es mir nicht ganz klar, aber ich glaube, es war auch ein Stück weit deswegen, dass ich selber innerlich diese doch wirklich auch gravierende Entscheidung mitgehen konnte. Dass ich innerlich so weit war, um zu sagen, ja, ich kündige mein Beamtenverhältnis und gehe hauptamtlich in der Gemeinde arbeiten. Vielleicht wäre es so gewesen, wenn Gott mir sofort eine Antwort gegeben hätte, ich innerlich noch gar nicht so weit gewesen wäre. Und dann geht es im Kern, wie so oft, letzten Endes um unser Vertrauen in Gott. Konnte ich Gott vertrauen, dass er mir zur richtigen Zeit eine Antwort geben wird? Oder konnten Maria und Martha, die Schwestern von Lazarus, Jesus vertrauen, dass er sie nicht im Stich lassen wird? Unsere Fähigkeit, auf Gottes Handeln zu warten, hängt davon ab, ob wir ihm vertrauen. Ich bin sicher, dass Gott immer genau weiß, in welcher Situation wir uns befinden und dass das, was er unternimmt, auch immer zur genau richtigen Zeit geschieht. Und wenn du jetzt in einer Situation bist, in der du auf die Antwort Gottes oder auf sein Reden wartest, so ermutige ich dich, vertraue ihm, dass er dir zur richtigen Zeit eine Antwort geben wird. Vertraue ihm auch dann, wenn du nichts Gutes, nichts Positives in dieser Verzögerung erkennen kannst. Letzten Endes müssen wir uns ja eingestehen, wir verstehen Gott oft nicht. Also ich tue es oft nicht und ich denke, dass es den meisten auch so geht. Aber wir können und letzten Endes müssen wir ihm vertrauen, dass er das Beste für unser Leben will. Und in diesem Vertrauen können wir dann zu ihm sagen, Gott, ich weiß, dass dein Zeitplan perfekt ist. Auch wenn ich es leid bin zu warten, hilf mir, dir zu vertrauen und in deinem Plan für mein Leben Ruhe zu finden. So wünsche ich dir die Kraft zu vertrauen und den Mut zu vertrauen und dass du erlebst, dass Gott das segnet. Mach's gut. Hast du es? Hast du es? Hast du es? Vielen Dank.